Garen und seine jüngere Schwester Lux wurden in die vornehme Familie Kronwacht hineingeboren. Von Kindesbeinen an wusste Garen, dass man von ihm erwartete, den Thron Demacias mit seinem Leben zu verteidigen. Sein Vater Peter war ein hochdekorierter Militäroffizier. Seine Tante Tiana hingegen war Schwerthauptmann in der elitären, furchtlosen Vorhut. Und beide genossen große Anerkennung und Respekt von König Jarvan III. Man ging davon aus, dass Garen irgendwann dem Sohn des Königs auf die gleiche Weise dienen würde. Das Königreich Demacia hatte sich aus der Asche der Runenkriege erhoben und die Jahrhunderte danach waren geprägt von weiteren Konflikten und Quälereien. Als Garen und Lux noch jung waren, erzählte ein Onkel von Garen, ein Elite-Waldläufer, der Ritter Demacias, ihnen seine Geschichten, wie er sich vor die Mauern des Königreichs hinaus wagte, um dessen Völker vor den Gefahren der Welt da draußen zu beschützen. Er warnte sie, dass irgendetwas eines Tages diese Zeit des relativen Friedens zweifellos beenden würde. Vielleicht abtrünnige Magier, Kreaturen aus der heulenden Schlucht oder andere unvorstellbare Schrecken, die noch auf sie zukommen würden. Wie um diese Ängste zu unterstreichen, wurde ihr Onkel im Einsatz noch vor Garens elftem Geburtstag von einem Magier getötet. Garen sah den Schmerz, den dies seiner Familie zufügte, und die Furcht in den Augen seiner jüngeren Schwester. In dem Moment wusste er mit Gewissheit, dass Magie die vordringlichste und größte Gefahr war, der Demacia sich gegenüber sah. Er schwor, sie niemals innerhalb der Grenzmauern zuzulassen. Das Königreich konnte nur geschützt werden, indem alle den Gründungsidealen folgten und ihren unerschütterlichen Stolz an den Tag legten. Im Alter von zwölf Jahren verließ Garen seine Kronbachtheimat in Hochsilbersee und schrieb sich beim Militär ein. Als Knappe verbrachte er seine Tage und Nächte mit Ausbildung und Kriegsstudien. Er stellte seinen Körper und seinen Geist zu einer Waffe, die so stark und wahrhaftig war wie dem marcianischer Stahl. Zu diesem Zeitpunkt begegnete er zum ersten Mal dem jungen Javan IV., dem Prinzen, dem er eines Tages dienen würde, wenn dieser König war. Er war einer der anderen Rekruten und die beiden wurden unzertrennlich. In den folgenden Jahren verdiente Garen sich seinen Platz im Schildwall als Krieger Demacias und erlangte schnell einen furchterregenden Ruf auf dem Schlachtfeld. Als er 18 wurde, hatte er bereits ehrenvoll in Feldzügen entlang der Grenzen Freljots gedient, eine Schlüsselrolle dabei gespielt, den stillen Wald von stinkenden Kultisten zu säubern und an der Seite der tapferen Verteidiger von Weißfels gekämpft. König Javan III. berief Garens Bataillon höchstpersönlich zurück zur großartigen Stadt Demacia und ehrte alle vor dem gesamten königlichen Hofstaat in den Hallen des Mutes. Tiana Kronwacht, die vor kurzem zum Hochmarschall ernannt worden war, stellte besonders ihren Neffen heraus und empfahl ihn für die notwendigen Prüfungen zur Aufnahme in die Ränge der furchtlosen Vorhut. Garen kehrte nach Hause zurück, um sich darauf vorzubereiten. Er wurde wärmstens von Lux, seinen Eltern und auch von den einfachen Leuten, die auf dem Anwesen seiner Familie lebten, empfangen. Obwohl er erfreut zur Kenntnis nahm, dass seine Schwester zu einer intelligenten, tüchtigen jungen Frau herangewachsen war, hatte sich etwas an ihr verändert. Er hatte es bei seinen früheren Besuchen schon bemerkt, doch jetzt kämpfte Garen mit dem bohrenden Verdacht, dass Lux über magische Kräfte verfügte. Doch er ließ nie zu, dass der Gedanke ihn allzu lange beschäftigte. Die Vorstellung, dass eine Angehörige, der Kronwacht, über die gleichen verbotenen Kräfte verfügte, die für den Tod ihres Onkels verantwortlich gewesen, war zu schrecklich, um sich näher mit ihr zu befassen. Wie von selbst hatte Garen sich durch Mut und Geschick seinen Platz in der Vorhut verdient. Unter den Blicken seiner stolzen Familie und seines guten Freundes, des Prinzen, legte er seinen Eid vor dem Thron ab. Lux und ihre Mutter verbrachten viel Zeit in der Hauptstadt, weil sie sowohl in Diensten des Königs als auch des bescheidenen Ordens der Illuminatoren standen. Doch Garen versuchte, sich so gut wie möglich von ihnen fernzuhalten. Obwohl er seine Schwester über alles liebte, fiel es einem winzigen Teil von ihm schwer, ihr nahe zu stehen. Er versuchte nicht darüber nachzudenken, was er gezwungenermaßen tun müsste, sollte sein Verdacht sich bestätigen. Stattdessen stürzte er sich in seine neuen Pflichten. Er kämpfte und trainierte doppelt so hart wie zuvor. Als der neue Schwerthauptmann, der furchtlosen Vorhut, im Kampf fiel, wurde Garen von seinen Kriegerkameraden für das Kommando vorgeschlagen und es gab keine Gegenstimmen. Bis heute verteidigt er entschlossen sein Heimatland gegen alle Feinde. Er ist weit mehr als nur der überragende Soldat Demacias. Er verkörpert all die größten und edelsten Ideale, auf denen es gegründet wurde. Demacia The glory of Demacia will never fade! Theseこんな Gurse von Demacia Die dfficient Te Cynthia Kopfen De ohu-deck Fedor Jan 11 12